hallo und herzlich willkommen in diesem video möchte ich euch einmal das modul zur sonnenküste vorstellen dieses modul wurde im rahmen des crowdfundings zur verfügung gestellt dort konntet ihr specken mit seinen gehen auch gleich noch mal ganz kurz auf die crowdfunding seite ja und ich konnte es vorab so ein bisschen testen ein bisschen reinschauen und kann euch jetzt vorab das video produzieren so dass es zum release hoffentlich dann wirklich raus kommt schauen wir einmal direkt ins crowdfunding ich habe mir die seite nämlich noch mal aufgerufen denn ich war überrascht was ich alles mit dem modul bekomme ich habe es mir glaube ich beim kauf damals auch nicht adäquat durchgelesen sondern gelesen foundry passend nehme ich direkt beim crowdfunding mit es steht dort mit dem premium modul werden die regelelemente aus der regional spielhilfe die sonnenküste sowie die regelelemente aus den sonnenküste erweiterung dieses crowdfundings wie zum beispiel der rüstkammer der sonnenküste in foundry btt integriert ich muss sagen ich habe sehr oberflächlich gelesen ich hatte gedacht dass primär die rüstkammer und wirklich auch ausschließlich regelelemente dort drin sind und habe gedacht ja okay das kann man mitnehmen dann habe ich das in foundry integriert war okay für mich ich zeige euch jetzt mal was mich überrascht hat und eins wenn wir in foundry reingehen und wir aktivieren die sonnenküste dann haben wir hier oben rechts wie gewohnt den hinweis wie bei abenteuern auf die den journal browser wenn ich da rein geht gibt es jetzt eine neue einen neuen bereich verfügbare regional spielhilfe lässt ein bisschen offen dass vielleicht noch mal was kommt in die richtung und dort die sonnenküste wenn ich da drauf klicke dann sehe ich dass hier nicht nur die regelelemente drin ist das hier ist die komplette regional spielhilfe der komplette text der regional spiel weil das heißt ich habe sogar kompletten fluff text hier mit hinterlegt mit den jeweiligen illustrationen die ich mir noch mal in groß anzeigen lassen kann das ist auch mal sehr schön um die stimmung der region zu vermitteln und wie ich in einem anderen video gezeigt habe ich auch meinen spiel anzeigen kann also das finde ich ist unglaublich nützlich natürlich werde die komplette rsh vermutlich nicht in foundry durchlesen aber wenn ihr mal was nachschlagen oder nachgucken wollte ist das einfach super praktisch also wie gesagt da war ich etwas überrascht kleine änderungen dazu es gibt hier zwar ein import update aber es gibt diesmal keine darauf verwiesenen module das import update ist dann nachher für die szenen und die jeweiligen notizen auf den szenen wichtig das machen wir jetzt auch einfach mal wir initialisieren die sondenküste wenn ich euch gleich noch mal zeigen kann was sonst noch alles kommt also punkt 1 ist hier zum einen dass der komplette text ist da drin punkt 2 sind ein paar szenen ihr habt hier zum beispiel eine relativ hoch aufgelöste karte der sonnenküste die direkt mit den jeweiligen ja beschreibungen der regionen also den orten versehen ist ihr habt ihr alles was in der regional spielhilfe an orten drin ist versehen also ich würde mir das als absoluten standard wünschen ich komme schon zum fazit während ich da rein gucke weil ich einfach so überrascht und begeistert bin ich nehme das pause hier weg ja die karte kennt ihr aber schon wenn ihr die regionalspielhilfe gebackt habt solltet ihr als pdf zumindest bekommen haben ist aber auch hier in einer relativ hohen auflösung 7700 mal 5400 drin also man kann relativ nah rangehen man kann die komplett verwenden im spiel sehr sehr cool ich gucke jetzt noch mal in die szenen um zu gucken was taucht hier unter sonnenküste auf und wow das ist ein großes paket wir haben die landkarte der sonnenküste hier drin die in-game landkarte wir haben morwal mit drin wir haben das octagon drin wir haben retis drin wir haben das labyrinth drin die sonnenküste selber terremorn neta haben wir drin dann haben wir eine politische karte ich werde jetzt nicht alle aufrufen und droll und noch mal die regionen der sonnenküste alles als szenen hinterlegt wenn es journal notes dafür gibt wurden die platziert das ist deutlich mehr als es in dem crowdfunding geschrieben war das ist ein echt super zusatz und das finde ich ist es einfach gut dass es so umgesetzt wurde also ich wäre auch zufrieden damit gewesen wenn die regeln umgesetzt wurden aber hier für 15 euro die komplette er sh mit den zusatzbänden ja das ist schon beeindruckend da habt ihr als bäcker echt glück gehabt wenn ihr das bekommt das ist echt klasse ich bin mal gespannt zu was für einem preis das in f-shop geht ich kann mir nicht vorstellen dass bei dem aufwandsverhältnis da dann wirklich die 15 euro bleiben was absolut verständnis verständlich ist wenn ihr seht was ihr schon mal zusätzlich bekommt kommen wir aber zu den regel umsetzungen die hier reingeflossen sind das beinhaltet ganz viele dinge in den kompendien da gehen wir einmal rein in den kompendien ich habe mir hier mit dem modul kompendium voll das ordner für die sonnenküste gemacht und wir schauen einmal durch wie viele objekte oder items ja hier bekommt wir gehen einmal kurz in die ausrüstung wo ihr die ausrüstung der sonnenküste drin habt hier zum beispiel den arbeitsschar wir haben die brigante ja normal exemplarisch ihr habt ein drachen ring ein artefakt jeweils mit bild mit beschreibungen wenn regeln vorhanden sind die dazu passen irgendetwas angelegt werden konnte sind die hinterlegt hier zum beispiel die verzauberung in dem drachen ring das ist komplett gepflegt ich weiß nicht wie viele objekte das sind das ist so ein ganzes schönes stück die auch noch mal zur stimmung der region optisch passen wie zum beispiel mit einer reiterharnisch oder das psychologische rundschild das wäre die ausrüstung dann gibt es bestiarium und charaktere wo auch noch mal ein ganz guter batzen mit drin ist achas stammeskrieger zum beispiel dann haben wir einige persönlichkeiten wichtige hier zum beispiel die ikonischen persönlichkeiten die auch als garadan figur dann angelegt wurden dafür muss ich es importieren ich mache das einmal für euch wenn ich sie mal als garadan anzeigen lasse habe ich hier die marchesa von neta ja minotauris ist drin also alles das was ihr in der regional spielhilfe auch erwarten könnt und gesehen habt ist komplett übernommen hier auch noch mal ein automat mit seinem bild in voller pracht da fehlt glaube ich nichts ich habe das nicht kontrolliert ihr könnt ja mal gucken ob ihr da was vermisst ich persönlich finde das ist ein recht umfangreiches paket ja mir die szenen die haben wir ja gerade schon gesehen es gibt noch einige liturgien und zeremonien die mit drin sind ein paar der namenlosen das hat der region hier zu tun professionen die passend sind zur sonnenküste sind hier noch mal drin mit den bildern aus der rsa komplett den werten hinterlegt und da haben wir die journal notes regional spielhilfe aber das kennt ihr ja wie üblich aus den abenteuern da schaut in den journal browser um die zu bekommen hier gibt es noch ein paar vor und nachteile wie wasser lebewesen schwache zauber melodien machtvolle zauber melodien und als letztes zauber rituale die aus der rsh sind das wäre der regel teil den habe ich tatsächlich so erwartet in dem umfang wie üblich die gewohnte qualität wo effekte oder so hinterlegt werden konnten sind sie hinterlegt das wurde alles bedacht ist ein ganz nettes gesamtpaket ich finde aber und da kommen wir zum fazit ich finde in in diesem paket mit den szenen die ihr hier bekommt und dem journal browser wird das ganze ding viel stimmiger als das was ich erst gelesen habe wie gesagt 15 euro für alle regelelemente völlig legitim finde ich auch völlig angebracht und in ordnung aber das hier ist einfach ein komplettes regional spielhilfe paket für foundry btt da habt ihr die rsh drin und könnt sie bespielen könnt das abend noch ausbauen dann hat der infos die hier bekommen dass es heißt wenn ihr das abenteuer labyrinth der intrigen gibt es übrigens ein weiteres video auf meinem kanal was ihr euch anschauen könnt wenn ihr das abenteuer spielt dann könnt ihr mit den infos die hier dann im journal browser und den szenen die ihr zusätzlich habt da könnt ihr das ganze abenteuer noch mal weiter ausbauen ist es ein pflicht pflicht modul oder nicht kann ich nicht beurteilen das hängt natürlich von ab ob ihr überhaupt in die sonnenküste wollt oder nicht hängt ihr in teil 1 der theaterritter kampagne rum ist die sonnenküste eher sekundär interessant aber vielleicht wollt ihr da irgendwann mal hin und dann finde ich ist das ein echt schickes paket wo ich persönlich als bäcker natürlich froh wenn das 15 euro bekommen zu haben da bin ich echt mal gespannt was das ist ein f-shop draus macht weil das paket ist meines erachtens nach durch die erweiterung dies da reinbekommen hat wie den karten und den kompletten journal browser ist es deutlich mehr wert ihr könnt mir ja mal schreiben wie ihr das seht schreibt mir das einmal in die kommentare bei fragen natürlich auch einfach einen kommentar absetzen ja und ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten mal ciao so